Guck mal, vor allem, die freuen sich dann immer, dass die, mit dem sie gerade gekämpft haben, tot sind und dann stemmen sie einfach selber. Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, heute mit gleich Mitte. Hi! Und ja, wir haben einen richtig nicen OP-Bug, äh, beziehungsweise ich hab den von dem Lukas-TV bekommen. So, ich werd jetzt nämlich einen Bug machen, den wir aber erst morgen 13 Uhr auf beiden Kanälen zeigen, also auf Bug-Using und auf Gleichmitte wird auch alles nochmal verlinkt. Und es soll auch nur ein Bug-Report-Video sein dann. Und ja, ich würd sagen, ähm, wir lassen einfach mal ein bisschen Gleichmitte fliegen. So, hier haben wir ihn nämlich und ja, jetzt können wir den einfach mit rechts... Lol. Hä? Ich befreie mich direkt wieder. Hä? Okay. So, jetzt können wir ihn einfach rumfliegen lassen. Wow, das sieht sehr episch aus, wenn Mühlerkont die Plattform zersprengt. Und ja, wir werden jetzt gleich mal probieren, irgendwie, weil damit könnt ihr halt übelst gut Kills farmen. Und wir werden dann gleich mal probieren, irgendwie so 15, 16 Kills in der Runde zu bekommen. Allerdings mit einem anderen Kit und mit ein bisschen anderem Dreck. Okay, ich denke mal, du willst zum Gegner. Da hinten. Auf jeden Fall, ab zum Gegner! Das ist einfach so geil. Ihr könnt quasi mit dem Bug hacken, ohne aber selber zu hacken. Das ist zu geil. Der Gompenserver lässt euch quasi hacken. Oh, oh, oh. Jo. Okay. So, nächster. Ah, da hinten. Junge, dieser Bug ist einfach so ultimativ geil. Ja. Wo zeigt denn der Tracker hin? Guck mal, der Tracker zeigt hier. Also, warte, in diese Richtung. Ich hab ihn. Trickschen, nice. Wo ich hin will, am besten nicht in die Lava. Wow, der war fast rein. Ihr habt, verbrennen, verbrennen. Ja. Hey, lass mal so eine Falle bauen und die Leute dann da rein. Oh, der ist gestorben. Okay, der Letzte, der ist sehr gut. Oh, shit. Warte, warte, Döner, Döner, Döner. Lass eine Falle bauen und du lässt den da reinfliegen. Wenn er mit mir getauscht wird. Du legst mich über die Falle. Ja, dann bau. Warte, warte, warte. Genau. Oh Gott. Ich guck, dass hier keiner kommt. Ich hab keinen Labereimer. Wie machen wir das denn? Oh. Ja, dann ist schlecht. Ich kann gucken, wo die andere Lava noch ist. Wir können dir den eh vom Hals halten, solange. Nicht in die Lava rein, Bö. An alle reisenden Fahrgäste der Dönerwings-Gesellschaft. Bitte bleiben Sie während dem Flug ruhig. Das Holz will ich wegmachen. Ja, ich will weg. Ich muss bitte hier mal. Ich muss den Wassereimer ausleihen. Aber es zündet doch nicht. Na klar. Das ist nur so ein Bug. Guck, es zündet. Oh nein. RIP. RIP gleich Mitte 2016. Und ja, die Schlauffüchsen für euch. Können ja vielleicht schon mal gucken, wie der Bug funktioniert. Also wir werden es dir jetzt nett sagen. Aber ihr seht ja schon. Also wir machen hier mega viel Partikel, ey. Und ja, guck mal gleich, wenn die Schütze sind, dass wir mal mindestens 15 Leute kennen, dass du noch gleich Mitte die Runde gewinnt. Und morgen 13 Uhr auf meinem Kanal oder auf dem Kanal von Böhner zeigen wir auf jeden Fall, wie der Bug funktioniert. Ja. Okay, hier ist der erste. Boots. Boots. Und. Und. Tot. Ja, jetzt kommen wir mal her, hier. Bam. Ja, aber wenn wir ganz mal zu Larkar 12 kommen, dann müssen wir bitte sterben. Dann machen wir gerade ganz große Probleme. Oh, oh, oh. Mitte, Mitte, Mitte. Tot. Dankeschön. Guck mal, vor allem die freuen sich dann immer, dass die, mit denen sie gerade gekämpft haben, tot sind und dann sterben sie einfach selber. Boots. Und. Guck mal hier, Leute. Das ist ein Full-Dier-Typ. Der wird gleich gerackt. Boom. Boom. So, jetzt haben wir aber elf Kills nur die Runde. Oh, okay, da wird getauscht. Ist aber halb so schlimm. Ja, ich war mit mir. Denn, Johannes wird jetzt die Runde gewinnen. Und. Easy. Viel Spaß mit dem Band. Alter, viel Spaß, ja. Ja, zwölf Kills ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Und ja, wie gesagt, morgen seht ihr das Video. Sorry, dass das Video wieder so spät kommt, aber ich habe jetzt heute den ganzen Tag irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Outro